Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Der Crack Cooltart hat wieder mal ein Video aufgeladen. Heute geht es um Tech in Unreal Engine 5 und Leute, es sieht, oh Gott, sieht das geil aus. Wir gehen das hier in dem Video jetzt mit einmal durch. Ich habe ein bisschen angezoomt, dass ihr hier ein schönes Vollbild habt und wir starten einfach mal direkt am Anfang des Videos, Leute, und es sieht so schön aus. Ich habe richtig Bock auf das Update langsam mittlerweile bekommen. Wenn ich diese Videos von Crack sehe, ich weiß, ich möchte eine Sache sagen, natürlich eine Sache ist klar. Dieses Video ist Fanmade, ja. Das hat eine eine Person selber gemacht oder mehrere, ich weiß nicht, wie viele in dem Team von Crack sind. Aber auf jeden Fall, wenn eine Person oder ein Team das so hinbekommt, dass das so aussieht und so spielbar ist, dann ist ja irgendwo auch die kleine Chance im Raum, dass das Vollkart auch so hinkriegt, ja. Wäre irgendwie schlimm, wenn nicht, mal ganz ehrlich, das wäre ja traurig. Und, ähm, ja, der gute Crack hat hier ein bisschen was geupdatet. Wir haben ja schon einige Sachen zu der Island selber geguckt, also falls jemand da Videos sehen will. Wir haben die in so einer, ich habe die auch in der Playlist nicht, aber es gibt mehrere Videos, wie Arc in Unreal Engine 5 aussieht. Er hat auch hier das Laufen der Figuren, äh, der Figuren, genau, der Figuren. Passiert ja auf jeden Fall, dass die Physik halt mit dem Laufen am Boden, das hatten wir ja schon mal ein paar Mal gehabt, dass das halt nicht besser wird durchs Update, sondern eher nur die Optik. Ähm, und ja, hier haben wir jetzt Tech-Struktur, Leute. Wir sehen sie nämlich an Form von Raptor als erstes und, äh, sieht schon gut aus. Was halt hier zu, äh, was auf jeden Fall hier halt hinkommt, ist, dass das Metall, ich hoffe, er zeigt dir noch ein bisschen näher, ja, hier, guck mal, wie das Metall einfach aussieht. Das sieht halt richtig metallig aus. Also, wisst ihr euch meinen, so die leichte Spiegelung und den ganzen Kram, es ist schon, ich würde gerne mal die andere Seite sehen, wenn die Sonne drauf, drauf strahlt. Äh, ob das ein bisschen mehr spiegelt, würde mich mal interessieren. Ja, hier zum Beispiel, Leute, das ist halt geil, wenn dann wirklich das so, die, die Sonne im Raptor so gesehen sich spiegelt, das ist schon, das ist schon fett. Muss ich schon sagen. Auch die Bewegung, sehr smooth. Äh, ich weiß nicht, ob er da ein bisschen was überarbeitet hat. Wir sehen auch da hinten mal eine Tech-Base, auch diese hat eine sehr schöne Beleuchtung. Aus der Entfernung jetzt nicht ganz so krass, ähm, um so ein paar Y waren. Ich hab das nur aus seinem Test, äh, kleine Mini-Shorts, die man macht. Aber der Raptor ist schon echt hübsch. Was haben wir denn jetzt nächstes? Wir haben jetzt eine Tech-Base. Ja, da muss ich sagen, ähm, ist schon gut, aber es sieht halt noch sehr nach Tech aus. Ja, klar, die Beleuchtung, natürlich, sehr gut, dass es halt von der Beleuchtung her besser ist, als es normal in Arc ist. Ähm, weil Arc beleuchtet ja gefühlt alles. Es ist halt, ja, es ist schon cooler. Es spiegelt auf jeden Fall mehr. Es spiegelt wesentlich mehr, als das normale Spiel, äh, spiegelt. Äh, auch die Beleuchtung von den, von dem Blau und so und sieht schon ganz gut aus. Auch hier, ihr seht, wir haben außen Lampen, innen drin war aber dunkler. Was ja in Arc teilweise nicht so ist, dass Lampen auch durch Wände durchleuchten und so. Das haben wir jetzt hier nicht. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, hier gerade gerade einen Rock-Track gehabt. Mal gucken, ob er den, jetzt läuft er gerade hier hoch. Wir können ja ein bisschen was cutten, wir müssen ja nicht das Ganze durchleuchten. Ich verlinke euch das ganze Video, Leute, natürlich in der Beschreibung. Äh, und lasst auch gerne ein Abo und Like da, weil Craig macht richtig, richtig gute Arbeit. Ähm, so, und hier haben wir den Rock-Track. Sehr größer geworden. Das sah aber gerade so riesig aus. Ähm, ja, also Rock-Track auch sehr, sehr schönes Bewegen, auch da die Animation. Ich glaube, er hat ein bisschen was, ein bisschen was gearbeitet. Was ganz geil ist, ist der, äh, Tekkan, die, die Tech-Rüstung sieht hier sehr gut aus. Auch das, auch die Leute, die Beleuchtung gefällt mir hier gut. Ähm, ja, sieht schon besser aus als Original auf jeden Fall. Wie gesagt, das Laufen der Kreatur am Boden, ja, das kann man nicht ändern. Das wird immer so bleiben, Leute, auch mit dem Update. Die werden wahrscheinlich kein neues Modell rausbringen. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon, äh, das ist schon hübsch. Schauen wir mal, ob er jetzt hier ein bisschen noch was zeigt. Soll das Laufen? Ja, mit der Sonne. Wie ich schon gesagt, Leute, die Sonne ist das Beste, was die Engine so gesehen bringt. Die ganze Beleuchtung, die Schatten, das sieht schon... Ich glaube, wenn das Update kommt, werde ich nochmal arg von vorne anfangen und werde mir nochmal einen Spielstand gönnen. Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf. Sollten haben wir hier die Tech-Türen, die sie auf und zu gehen. Okay. Na gut, das war jetzt nicht so anders, besonders als sonst, oder? Sieht relativ gleich aus. Ja. Also jetzt nicht so krass. Prüfen wir mal. Ne, ich glaube, das sieht jetzt relativ normal aus. Schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Hier haben wir jetzt einen Tüler-Kuleo. Achso, jetzt geht er wahrscheinlich zum Rex. Ja, macht schon Sinn. Und auch hier, Leute, es sieht schon mehr nach einer Rüstung aus. Obwohl ich es, glaube ich, eher auf einem Tech-Dino besser finden würde. Weil der macht es den noch wuchtiger als auf einem regulären. Da mag ich die Rüstung nicht so. Aber trotzdem sieht es gut aus. Also abgesehen davon. Ist gerade der Rex nass, während es regnet? Sieht so ein bisschen aus, als ob er so ein bisschen nass wird, oder? Räuchte ich das gerade? Sieht so aus, als ob er so ein bisschen nass ist. Ja gut, das Sound habe ich nicht drin, weil... Ah, hier, Sattel mal kurz durchwechseln. Es sieht schon anders aus, Leute. Also der normale... Ach, hier nochmal die Animation. Jetzt habe ich es gerade weggezogen. Jetzt habe ich gerade Pause gedrückt. Die Animation am Helm auch ganz cool gemacht. So zack, zack. Sieht cool aus, wie es sich bewegt. Ja, es ist also... Ich soll dir sagen, ich bin kein Fan dieser Rüstung allgemein. Wie gesagt, weil auf normalen Kreaturen wirkt es so ein bisschen befremdlich. Aber auf einem Tech-Rex finde ich die halt richtig gut. Weil durch diese Finne hier hinten wird er halt nochmal so ein bisschen bedrohlicher. Man muss das schon sagen. Also das ist schon cool gemacht. Auch hier die Effekte der Explosion sind, glaube ich, ein Ticken anders als im regulären. Sieht schon ganz cool. Sieht gut aus. Also wie gesagt, allgemein hier so ein bisschen, dass die Tech-Rüstung, wo eine Maus ist, hier. Hier diese... Ah, was soll ich sagen? Diese Schattierung und so, das ist schon cool gemacht. So, ah, sieht gut aus. Wie gesagt, das Laufen ist das Einzige, was mich unbedingt... Oh, oh, also unheimlich stören wird an dieser Engine. Wenn wir das Update bekommen und die Welt geil aussieht, aber die Dinos immer noch laufen, wie als ob sie nicht in diese Welt gehören. Ich glaube, das wäre das Einzige, was mich, glaube ich, wirklich stören würde. Weil man sieht auch beim Rex, es läuft sich teilweise sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber gut, Leute, wie gesagt, das kriegen wir nicht weg. So, was macht ihr als nächstes? Geht der jetzt Richtung... Wo geht der jetzt hin? Was zeigt der uns als nächstes? Ich habe das Video vorhin anguckt, Leute, weil Crack macht immer gute Sachen. Ich habe nicht vertraut, dass da geiler Stuff rüberkommt. Ähm. Geht es Richtung Vivern? Ne, oder? Weil Vivern dürfte ja eigentlich nicht in einem Tech-Update dabei sein. Das wäre ja eigentlich ein separat... Ah, das ist ein Voidwürden, oder? Ne, normaler Vivern. Oh, Mama Tag, ist ein bisschen dunkel. Wir sehen nie so viel. Komm, mal hell. Der macht jetzt einen Atem, dass man den Atem bei Nacht mal sieht. Ist ja auch ganz geil. Hm, komm. Ich will halt Vivern. Okay, ich glaube, er will den Atem zeigen, die Beleuchtung, oder? Würde ich zumindest wollen. Er gehört den Atem. Go, go, go. Im Dunkeln ist das Laufen so ein bisschen kontraproduktiv. Wenn man das Laufen zeigen will, ist das im Dunkeln ein bisschen, ähm... ein bisschen schlecht, Crack. Äh, kommt hier nochmal so aus wie Atem? Ich glaube nicht. Jetzt zeigt kein Atem. Warum zeigt man den Atem nicht? Den hätte ich gerne mal gesehen. Wie der Atem, den den Raum so beleuchtet, wisst ihr? Hätte ich gerne mal gesehen. Hier sehen wir nochmal das Tech. Umdunkeln, die Beleuchtung, sehr, sehr schön. Und auch hier die Kugeln, die machen Licht. Ist, glaube ich, noch nicht ganz perfekt, glaube ich, von der Animation her. Aber auf jeden Fall, wenn die Kugel fliegt, macht sie ein bisschen Licht. Das sieht man, wenn wir jetzt hier dieses... Normalerweise müsste wahrscheinlich das Licht mitgehen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das Licht ist jetzt hier geblieben, obwohl die Kugel da ist. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen... Das müsste wahrscheinlich mitflimmern, das Licht so. Aber, ähm... Ah, Meckern auf hohem Niveau ist das. Ja. Naja, aber so sieht doch cool aus. Gibt es noch ein paar Tech-Kreaturen fehlen, oder? Also einige Tech-Kreaturen fehlen. Mal gucken, ob wir die anderen auch noch zeigen, weil er geht ja eher hier nur auf den Rex ein. Äh, und auf den Raptor. Und ballert hier... Ich glaube, ich glaube, das macht auch Spaß. Ich glaube, das würde ich auch machen. Einfach nur mit dem Ding da rumballern. Hier, bam, 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 bam. Ja, Leute, hier haben wir nochmal das Ganze, wie gesagt, mit der vollen Pracht. Auch nochmal die Animation. Ah, ist schon cool. Zack, zack. Ja, Leute. So... Seht ihr das, was ich meine? Weil viele ja sagen, okay, das wird nicht besser werden. Das kann man sagen, das wird sehr wahrscheinlich besser werden, weil... Nehmen wir jetzt mal die Angel Engine 5, Leute. Macht's möglich, hier sowas wie das hier darzustellen. Sehr, sehr, sehr gerne Lichtquellen. Wir haben hier, wie als ob der ein richtiges Muster im Körper hat. Hat er ja auch, aber... Ähm... Wir sehen hier Tiefen, wir sehen Beleuchtung, wir sehen, dass aber der Rex eine komplett neue Physik bekommt, wie er läuft, wie er sich verhält, wie die Umwelt auf den Rex reagiert. Da müssten sie so gesehen einen komplett neuen Rex-Design oder ein komplett neues Lauf-Eigenschaften des Rex-Design sein. Ich kenne mich nicht 100% damit aus, aber lass es ja viel mehr Aufwand, weil ihr müsst ihr überlegen, das gibt ja so viele Dinos und so viele Sachen, an die man die anpassen muss. Also, das Angel Engine 5-Update wird sehr wahrscheinlich eher nur das sein, was wir hier bei Crack sehen, dass wir eine schöne Optik bekommen, wie jetzt hier, wie einfach geil die Beleuchtung auf den verschiedenen Ebenen des Rex aussieht, ähm... Aber nicht, wie der Rex in den Berg runterfällt, ja, das können wir schon mal sehr, sehr, sehr stark von ausgehen. Das könnte in Ark 2 natürlich, oder hoffe ich, dass sowas in Ark 2 besser ist, dass die Kreaturen besser mit der Umwelt hintergehen, wie jetzt der Rex. Der Rex läuft hier über den Boden, wie als ob das, äh, einfach nur irgendwie Papier ist, ja. Ich würde mir wünschen, dass in Ark 2 der Rex auch vielleicht einen Fußspuren macht, einsinkt vom Animal... Was wisst ihr, was ich meine? Das würde ich mir halt für Ark 2 wünschen, aber das kriegen wir in Ark 1 nicht mehr. Ist aber auch nicht schlimm, muss ja auch nicht sein. Ähm, wenn das so kommt, wie das da kommt, ist das schon geil, weil das macht das Game wesentlich hübscher. Deswegen, Leute, ich lasse auf jeden Fall auch mal ein Like da, ich kann das, glaube ich, gerade hier, äh, genau, das muss ich hier drüben machen, ups, in OBS kann ich ja gar nicht liken. Ähm, like es da und wie gesagt, wir sind hier bei CrackCoolTat auf dem Kanal, lasst doch gerne ein Abo da, er macht geilen Stuff. Und ja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst auch bei mir natürlich gerne ein Abo, like, damit ihr nichts weiteres zu Ark 2 verpassen wollt, würde mich freuen, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.